Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Prototype 2. Ich habe schon mal die nächsten Feldagenten ausfindig gemacht, wie ihr seht. Also verprügeln wir die eben schnell. Jawohl. Und das war's auch schon. Sehr schön. Jetzt fehlen nur noch, oder es fehlt zumindest nur noch eine Gruppierung von Feldagenten hier in diesem Gebiet. Und das müsste wahrscheinlich irgendwo, ich hätte jetzt weiter links getippt, aber okay. Irgendwo da oben im Norden sein. So, wie immer gilt die Warnung, solltet ihr ein leichtes Hintergrundgeräusch hören. Das ist mein Ventilator auf Stufe 1, damit ich hier wenigstens nicht ganz verkohle. Denn mir ist viel zu warm. Und da sind sie auch schon. Der da weg, der da weg, der da weg, der da weg. Gut. Eine Mutation mehr für uns. Herr damit! Was war's denn? Oh, Fortbewegung. Schön. Fortbewegung ist immer gut. Was haben wir denn da Schönes? Extra-Sprinter. Ja, Extra-Sprinter finde ich gut. Das nehme ich. Da habe ich meine wunderschönen drei Luft-Sprints, die ich sonst im Normalfall auch immer hatte. Und das wäre es dann auch hier. Nun, jawohl. Hier haben wir Feldagenten, kein Bau. Und Blackboxen. Womit fangen wir an? Na, komm, fange ich mit den Blackboxen an. Nachdem ich da eh schon eine, ich meine, gut geschrieben habe, sage ich jetzt mal, suchen wir die nächsten Blackboxen. Ich könnte doch eigentlich passend Musik hier einfügen, aber nee. Nee. Da kommt wieder, du hast hier Musik. Das geht gar nicht. Oh, fressen. Bessere Helikoptersteuerung nehme ich an. Don't do this. No. I can give you money. Money. So. Schlecht, wenn meine beiden Verkleidungen offensichtlich sind für sie. Naja. Gut, wir nähern uns. Wir nähern uns, wir nähern uns. Ich sehe sie noch nicht. Oh mein Gott, da ist ja eine Blackbox. Woo. Es gab hier eine, das weiß ich noch, die hat mich ein bisschen, ähm, ähm, geärgert. Und, ja, ich würde sagen, geärgert. Also es gab eine, die ist ein bisschen problematisch für mich gewesen. Aber auch nur wirklich eine. Zumindest bin ich schon mal in der Nähe der nächsten. Hier links, ja, ja, nein. Er liegt doch scheinbar nicht, oder? Liegt er dann doch hier? Jawohl, da muss er irgendwo hier liegen. Oder auch nicht. Äh. Ach, mag ich mal. Manchmal habe ich so dieses kleine Problem mit sowas. Ja. Aber okay. Funktioniert ja. Funktioniert ja. Nur noch zwei. Wo ist denn die nächste? Eine da ganz hinten und eine müsste, glaube ich, irgendwo hier gewesen sein. So wie ich das gesehen habe. Jawohl. Genau drauf gezielt. Ich habe es mal wieder raus hier. Huiuiui. Ich habe keine Granaten-Opfer. So. Haben wir das auch schon mal erledigt. Wuhu. Ich meine, wenn sie mir schon vor die Flinte laufen, dann kann ich mich auch eben schnell um diese Daten kümmern. Also die Feldagenten plus Wissenschaftler, ja. Aber das ist dann kein Problem. Ist ja schließlich so förmlich auf dem Präsentierteller. Heites chinesisches Gebäude. Oder japanisch? Koreanisch? Keine Ahnung. Na, da war es doch schon. Äh, landen, landen, landen. Au, okay. Mehr schlechter als recht, aber gelandet nichtsdestotrotz. Bevor die nächste Tonspur abspielt, sofort das nächste. Das war irgendwo hier oben, soweit ich das gesehen habe. Ja, kommt noch mal auf, ja. Gute Erinnerung behalten. Gut, damit haben wir das Paket mal wieder vollständig. Defensiv. Als wäre unser Defensiver allein schon durch das Ich regeneriere HP beim Blocken. Bin ich schon total overpowered. Fehler, äh, 25 mehr Schaden durch ihren verbesserten Schild. Oh yeah. Noch mehr Schaden. Ich meine nur, noch mehr Schaden. Also noch mehr Schaden, dabei Heilung, also... Ähm, ja, overpowered ist gar kein Ausdruck. Okay, die Dinge fangen an zu denken. Oder sie werden gesteuert. Zumindest nicht von mir. Nicht, nicht, nicht 100% der Zeit. Okay, die letzten Mal sind wir wirklich da drüben, nur. Okay. Kein Problem. Ha! Und Level Up zu nehmen her. Ach, wie schön. So unerwartet, aber doch so genüsslich. Ja, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen auf Gesundheit noch. Das nächste Level Up wird investiert in den Finisher für Helikopter. Damit ich die auch mal so ein bisschen anzeigen kann. Und dann ist auch wieder gut. Ah, man muss diese Luftsprinterei echt lieben. Oh ja, zumindest ich liebe sie. Das ist herrlich. Einfach nur und noch ein bisschen weiter gleiten. Und so irgendwo hier in der Gegend müssten diese Feldagenten rumhängen. Nicht auf den Dächern? So wie die anderen? Nein? Ich kann doch den genauen Standort nochmal überprüfen. Nur um sicher zu gehen, dass ich jetzt hier richtig bin. Na, was sagst du denn? Ach, noch ein bisschen weiter südlich. Okay. Kein Problem damit. Wow. Irgendwo hier dann. Wobei irgendwo ist nicht gerade aussagekräftig bei sowas. Jetzt bin ich schon in den Downtown. Äh, Downtown ist dann dick zu viel. Shuntown, jawohl. Da rennt Verstärkung für mich rum. Nochmal Helikopter direkt? Naja, ich nehm's. Wenn's da schon ist, dann nehm ich's auch. Oh nein, Panzer fahren. Okay. Panzer und was ist das denn hier schönes? Werfer. Oh, ein Raketenwerfer. Okay. Ja. Nehm ich. Nehm ich. Ist zwar jetzt nicht ganz meine Absicht gewesen, aber hey. Wenn schon, denn schon. Also laut dem Ding sind die da so drauf. Also wo seid ihr? Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, ja, ja. So Raketenwerfer mit ner guten Fähigkeit, das funktioniert schon ganz gut. Und die anderen sind da oben. Gut. Ich würd gerne zumindest die Feldagenten, oder zumindest noch ein bisschen hier mehr hinkriegen. Das sind schon zwei von vier Zonen zumindest. Also wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte. Dann dauert's nicht mehr lange, dann haben wir alle Sammelobjekte im gesamten Spiel eingesammelt. Aber irgendwas hat überlebt. Irgendwas hat überlebt. Meine Güte. Widerstandsfähige Kerlchen, ehrlich. Ich mein, ich hab ja gut drauf geschossen. Na ja, dann bin ich da gut. Und das letzte Defensiv-Upgrade erhalten sie mehr Gesundheit beim Absorbieren von Gegnern. Hurra! Hurra indeed. Eine Nebenmission ist hier noch nicht, ne? Nein. Gut. Hab ich wenigstens das erstmal weg. Äh, vier Feldagenten, zwei Bauten, sechs Blackboxen. Oha. Äh, da, da, da und zwei da? Ah. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, aber relativ unwichtig. Aber sechs Blackboxen. Puhu. Sind wir aber fast sowieso die letzten Blackboxen im Spiel, also passt das schon. Nehme ich in Kauf. Dafür, dass wir dann alle Sammelobjekte gesammelt haben. Gesammelt. So, seid ihr wie alle anderen wieder auf dem Dach, oder? Nein. Dann im Park. Seid ihr im Park spazieren gegangen, oder so? Auch nicht. Hm. Äh, bei mir leckt mal wieder der Ton. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber der Part ist eh bald zu Ende, also passt das schon. Und wie prophezeit waren es natürlich auf dem Dach. Obwohl, nee. Obwohl doch. Einfach nur, weil ich ein gemeiner Kerl bin. Und nichts lustig finde, das mal zu machen. Hihi. Hihi. So. Nächsten sind auf jeden Fall hier. Hier oder hier. Das ist irgendwo in dem Gebiet. Das ist natürlich immer gut. Könnten hier sein? Könnten doch da sein. Könnten doch gar nicht da sein. Hm. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass die nie wirklich, ähm, ich sage mal, Ja, was heißt beschrieben werden? Es wird nie gesagt, was die großartig gemacht haben sollen, dass die den Tod mehr oder minder verdienen. Also warum man dadurch eine Mutation kriegt, wird nie wirklich geklärt. Erstmal das Fressen holen. Oh, du bist ein Brawler, dann gibst du mir eine neue Fähigkeit. Finde ich gut. Komm her, Kleiner. Oh, yeah. Was gibst du mir Schönes? Bessere Klinge, bessere Hammerfaust. Oh, die besten Ranken im Spiel. Oh, yeah. Ja, mittlerweile sehen die Ranken wenigstens sehr gut aus. Doch, ja. So. Und zur Feier des Tages, wenn ich schon dabei bin, vernichten wir sie per Ranke. Oh, sorry. Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Genau deswegen! Gut. Wir haben also jetzt wieder schon die Hälfte der Feldagenten. Also zumindest in diesem Gebietchen. Ähm, wir haben keinerlei Blackboxen hier gefunden, aber das ist egal. Und wir haben unsere Ranken komplett aufgepowert. Was mehr könnten wir uns also wünschen? Naja. Wahrscheinlich noch mehr Superkräfte. Ha, ha, ha. Nein, nein. Beim nächsten Mal sammeln wir also fleißig weiter in der Hoffnung, dass wir alle Mutationen... Ja, alle Mutationen, alle Fähigkeiten bis zum Ende des Spiels bekommen, aber wir werden sehen. Oh, eine Blackbox. In der Nähe. Jetzt muss ich mich gerade von der Blackbox entfernen. 벌chen. Oh. Boah. Der, 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 der der